Musik 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen vor der Eröffnung der sechsten Landesausstellung. Das Land Thüringen präsentiert sich in diesen Ausstellungen, um Leistung zu zeigen, Entwicklung darzustellen, um Menschen einzuladen, darüber nachzudenken, woher wir kommen, wo wir sind und wohin wir gehen wollen. In dem, was wir in der Schau zeigen, trifft Glauben und Humanismus aufeinander und ist ineinander verwoben und untrennbar miteinander vereint. In diesem Sinne, seien Sie neugierig auf die sechste Landesausstellung in Thüringen. Ich danke Ihnen. Wir zeigen hier im neuen Museum Weimar und im Stadtschloss insgesamt 20 Geschichten der Ernestiner, also dieser Dynastie, ohne die die Reformation so nicht stattgefunden hätte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ausatmen uと den unterschiedlichsten Hinweise Hey sitten. Das war wieder der Pästchen des ZDF, 2020 Das war wieder aktiviert, aber das war un الت 뜨� Chin procedural, nachzudenhaken die Zeitung und den Zeiss Staudrenzauber. Vielen Dank.